Welche Benutzeraccounts bietet Bush Free At Home? In Free At Home können mehrere Benutzeraccounts mit unterschiedlichen Rechten eingerichtet werden. Zum Beispiel für den Installateur, Eltern oder Kinder. Dieses Video erläutert, welche Konten existieren und wie sie darin Änderungen vornehmen. Welche Benutzeraccounts gibt es? Free At Home unterscheidet zwischen vier verschiedenen Nutzungsarten. Einem User-Account im Beobachtungsmodus können verschiedene Bedienoptionen freigegeben werden. Je nach Account können diese auch unterschiedlich sein. Im Bedienungsmodus können alle Funktionen des Systems gesteuert und verändert, aber nicht konfiguriert und angelegt werden. Im Konfigurationsmodus können alle Systemmodule konfiguriert und gesteuert werden, insbesondere auch Szenen und Zeitprogramme. Der Installationsmodus ist zur Konfiguration des Systems durch den Installateur gedacht. Wie wird ein neuer Benutzer angelegt? Einen neuen Benutzer können Sie einrichten, sobald Sie im Konfigurationsmodus eingeloggt sind. Loggen Sie sich ein und wählen Sie dann die Option Konfiguration. Anschließend klicken Sie rechts unten auf Einstellungen. Klicken Sie jetzt auf das Menü Benutzerverwaltung. Hier können Sie neue Benutzer einrichten und bestehende Benutzer anpassen. Klicken Sie auf Benutzer anlegen. Geben Sie den Namen des Benutzers ins Infofeld ein. Wählen Sie anschließend im Benutzerkonto Konfiguration, Bedienung oder Beobachten. Das Kennwort wird beim Anmelden des neuen Benutzers festgelegt. Schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie auf den Button Speichern klicken. Wie kann ein bestehendes Benutzerkonto angepasst werden? Sie können auch Anpassungen bei bestehenden Benutzern vornehmen. Gehen Sie im Bereich Einstellungen auf das Menü Benutzerverwaltung. Sie sehen jetzt eine Übersicht aller Benutzeraccounts innerhalb des Free-at-Home-Systems. Drücken Sie auf die Schaltfläche des Benutzers, bei dem Sie Änderungen vornehmen möchten. Im Eingabefeld können Sie den individuellen Namen des Benutzers ändern. Sie können auch einen anderen Nutzerzugang einstellen. Das Kennwort des Benutzers wird zurückgesetzt, indem Sie auf Passwort ändern klicken. Alle Änderungen werden gespeichert, sobald Sie rechts unten auf Speichern klicken. Wie wird ein bestehender Benutzer gelöscht? Im selben Menü können Sie auch einen Benutzer löschen. Selektieren Sie dazu den entsprechenden Benutzer und drücken Sie anschließend auf den Mülleimer oben rechts im Bildschirm. Bestätigen Sie Ihre Änderung, indem Sie danach auf das Häkchen klicken. Der Benutzer ist jetzt gelöscht. Wie wird eine Funktion einem Benutzerkonto mit Bedienungsrechten zugeordnet? Gehen Sie im Hauptmenü auf den Bereich Gerätekonfiguration unten rechts und wählen Sie die Funktion aus, die für den Benutzer freigegeben werden soll. Klicken Sie auf das Schloss-Icon und wählen den Benutzer, dem die Funktion zugeordnet werden soll.